Musik Ich war vielleicht noch einen Satz heute, so zum Abschluss. Ich habe heute Nachmittag ein super schönes, gar nicht geplantes, fast schon, man kann es ein Coaching nennen, weil der Kerstin Heinrich gab, eine ganz liebe Freundin inzwischen. Und da ging es wirklich auch nochmal darum, warum machst du das? Und das eine ist natürlich, ich bin Coach und ich möchte helfen. Ich möchte, dass Menschen zu mir kommen. Und natürlich, klar, mein Business lebt davon. Ich lebe davon, wie der Lebensmittelladen davon lebt, dass die Leute die Ware kaufen. Ich lebe davon, dass jemand mein Coaching bucht. Ja, natürlich, auch dafür mache ich das. Aber das alleine ist es nicht. Und es ist wirklich, das ist heute Nachmittag mit Kerstin nochmal so wunderbar, auch für mich deutlich geworden. Ich kenne das, ich habe es gerade ein paar Mal schon gesagt. Ich kenne dieses Gefühl von alleine sein, von verlassen sein, von Einsamkeit. Und ich weiß einfach, wie wichtig Verbindung ist. Und das Schönste für mich im Leben ist, wenn ich sehe, dass Menschen sich aufeinander einlassen. Ich könnte weinen, wenn ich Menschen sehe, die sich alleine fühlen. Weil ich weiß, das muss nicht sein. Aber ich kann dieses Gefühl von Einsamkeit, von alleine sein, so gut nachfühlen und so gut nachempfinden. Und ich weiß aber, Gott sei Dank, ich konnte das in meinem Leben auflösen. Ich konnte daran was verändern. Ich konnte lernen, wie es ist, richtig zu lieben und auch Nähe zuzulassen. Das wäre mir vor 20 Jahren, hat mir das so viel Angst gemacht. Ich habe mir zwei Ehen reingezogen. Ich habe mir zwei Ehen reingezogen, die mich so unglücklich gemacht haben. Ich habe mir so viele Situationen in meinem Leben reingezogen, die mich so dermaßen weit von mir weggebracht haben. Dass ich irgendwann da stand und dachte, von mir bleibt gar nichts mehr übrig. Also wenn ich nicht irgendwann lerne, mit mir in Liebe zu sein. Und das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es ja in meiner Macht liegt, in meiner Verantwortung liegt. Da konnte ich dann erst lernen und sagen, ja, wow, okay, ich kann dieses Thema verändern. Das hätte ich aber alleine nicht geschafft. Und ich möchte einfach nur damit sagen, ah, gibt es für mich nichts Schöneres als Liebe. Es ist das, was die Welt für mich am meisten braucht. Und ihr könnt mich für verrückt halten, ihr könnt über mich lachen, das ist mir scheißegal. Wenn unsere Welt nicht lernt, dass wir mehr Liebe in unserem Leben lassen, wenn wir nicht mehr die Augen aufmachen und unsere Herzen aufmachen, dann sehe ich echt, ich weiß nicht, wo es dann hingehen soll. Und ich sehe, dass viele Menschen sich auf den Weg machen, zu lieben. Und ich sehe aber auch noch, dass viele Menschen strugglen und nicht wissen, wie. Und das ist mein größter Impuls, wirklich hier zu sitzen und euch das auf den Weg zu gehen. Deshalb freue ich mich so sehr, dass ihr schreibt, dass ihr mich als Inspiration erlebt, dass ihr mich wirklich als Impulsgeberin versteht, weil das ist es, was mir am wichtigsten ist. Ich möchte, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ich möchte einfach, dass Menschen verstehen, dass sie da, wo sie jetzt sind, nicht bleiben müssen. Und dass es Menschen gibt wie mich und viele, viele andere. Es ist völlig egal, von wem du dir Hilfe holst. Aber du kannst deine Situation verändern. Du musst nicht traurig bleiben, du musst nicht alleine bleiben, du musst nicht einsam bleiben, du musst nicht in deiner Angst und in deinem Schmerz bleiben. Du kannst es verändern. Und das ist es, warum ich das hier mache, warum ich hier jeden Abend sitze, weil mir das so wichtig ist und weil ich einfach mir so sehr wünsche, dass unsere Welt eine Zukunft hat, die Liebe und Freiheit bedeutet, wo wir miteinander uns die Hand reichen und sagen, hey, du bist gut, ich bin gut, lass uns dieses Leben rocken, weil unsere Seele will glücklich sein. Das ist es doch, worum es geht. Ja, so, okay. Das hat gar nichts mit dem Format zu tun, aber das ist der Teil, wo ich merke, wo ich einfach auch drüber reden möchte. Ich möchte eure Fragen so gerne beantworten, dass ihr damit was anfangen könnt und ich möchte euch Impulse geben, ich möchte wirklich Inspirationen geben, damit sich was verändern darf. Darum mache ich das. Okay, jetzt gucke ich nochmal, hier haben noch Leute was geschrieben. Beziehung ist vieles im Leben, vielleicht alles, was es ausmacht. Beziehung ist der größte Teil, weil alles in Beziehung steht. Und ich rede gar nicht nur von Liebesbeziehung, sondern Liebe ist so viel mehr. Und alles ist im Bezug zueinander. Es existiert kein Wesen, was alleine sein kann. Das gibt es nicht. Alles in unserem Leben steht in Beziehung. Und wenn die Beziehung gut ist, dann ist sie tragfähig, dann ist sie tief, dann ist sie echt. Dann haben alle was davon. Und wenn es Irritationen und Störungen gibt, dann haben leider nicht alle was davon. Und dann ist das, was wir teilweise in unserer Gesellschaft haben. Wir haben einen großen Klumpert von Irritationen, Missverständnissen, Kriegen, Dingen, die einfach schief laufen. Und für mich ist die Lösung immer Liebe, immer Liebe. Eine andere Lösung gibt es gar nicht. Aber es kann nicht jeder und es weiß nicht jeder. Und das kann man lernen. Okay, Nähe zulassen, das ist auch etwas, was ich erkannt habe. Wirklich Nähe und kein Ersatz. Absolut, Rita, du sagst es. Und ich bin dir dankbar, dass du meine Intention bestärkst. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. So, ihr Lieben, jetzt ist genug. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Das ist tatsächlich die längste Folge, die ich hier gemacht habe. Aber warum nicht? Es waren Menschen dabei, es sind Menschen dabei, die mir zuhören. Und wenn ich nur einen erreiche, wenn ich nur einen erreiche, und da hat sich heute irgendwas bewegt, dann ist mein Ziel erreicht. Und dann bin ich dankbar und bin voller Demut, dass mir jemand zugehört hat. Das ist es doch, worum es geht. Und Christine schreibt auch noch, Ach, ihr Lieben, ihr seid wirklich toll. Danke, dass ich dich gefunden habe. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich danke dir. Ich danke euch. Okay, und jetzt mache ich Schluss. Weil sonst muss ich weinen. Tue ich sowieso, weil ich sehr, sehr dankbar bin. Ich habe euch lieb. Schönen Abend noch. Danke. Untertitelung. BR 2018